Willkommen zurück zu Derpioten hier in Planet Seil 2 mit dem Mad Mike und dem Knocker, der mir direkt ins Ohr gepfiffen hat, du Sau, dafür schieße ich dir direkt in den Kopf, so, hier. Na, um nicht in dich reinzurennen, sieht aus wie eine Schlange in Menschenform. Ja, ich bin getarnt, man kann sich auch so Tarnskins drauflegen. Na ja, Infiltratore, ey. Unser Dritter im Bunde, der braucht noch ein bisschen, der patcht sich gerade 4 GB, dementsprechend dachte ich mir, nehmen wir doch mal so ein Flugzeug hier, spawnen uns das mal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, mit Mike ins Flugzeug. Ah, wie lande ich denn nochmal? Warte mal, mit Steuerung war das, ne? Auslandsicht war mit, mit welcher Taste noch gleich wieder? Okay, dann land mal, dass ich einsteigen kann. Ja, ich bin schon dabei, ich versuche nur gerade das Ding zu crashen. Ich sitze auf dem Boden mit dem dicken Arsch. Weil die von euch, die Mike schon in Battlefield 3 fliegen haben sehen, die wissen ja, was auf uns zukommt jetzt. Also erstmal gucken wir auf der Karte, wo wir überhaupt hinwollen. Wir sind die Roten, die Roten sind die Guten. Eigentlich heißt der Rot gleich tot, aber in dem Fall. Also bei der Bastion geht es gerade ab so ein bisschen, ich würde sagen nochmal am Tropfenwegpunkt hin. Und du bist im Bordgeschütz drin, hoffe ich doch. Ich bin im Bordgeschütz, ja. Also wenn uns jemand beharken sollte, beharke ich zurück. Ah, fliegen. So, dann fliegen wir mal ganz zügig die 2,7 Kilometer in diese Richtung. Und fliegen kann ich ganz gut, ich flieg's mal ein bisschen höher. Ist die Shift-Taste eigentlich sowas wie Boost oder so? Ne. Aber Jungs, Jungs, wir sind relativ neu in Battlefield, sag ich schon, in Planet 2. Wir haben bis jetzt glaube ich, ich hab's dreimal gespielt, der Knocker. Wie oft hast du das jetzt schon gespielt? Einmal, einmal, einmal. Und du bist, äh, welche Klasse noch gleich wieder? Ähm, Heavy, ähm, Heavy Infantry. Super, dann hab ich wenigstens ein Frontschwein dabei, das auch Panzer zerlegen kann. Ja, genau. Vorrennen und Panzer zerlegen, hier Raketenwerfer dabei, immer nur 4 oder 5 Raketen. Und wenn man einfach mal daneben schießt, dann... Schaff ich so ne Drehung, schaff ich so ne Drehung? Oh, 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 oh. Er kübelt gleich. Ja, ja. Ich muss schon mal auswahl ich Manöver und fliegen. Das Problem ist, im Battlefield flieg ich anders. Mit der Maustaste, äh, hier geht's mit der Maustaste runter, nämlich runter und hoch, hoch, aber bei Battlefield ist es genau andersrum. Jetzt kannst du bestimmt irgendwo umstellen, aber... Ich glaub auch, wenn ich das jetzt mache, flieg ich mal gegen den Berg. Mein Gott. Ja, ist mir schon fast da. Aber das ist cool, das... Ach so, ach so kann ich ja auch noch, ich kann ja auch noch so machen, hier so. Ohne Zwischenfälle. Ah, wir haben schon beschossen, wir haben beschossen. Ja, alles dicht worden. Nur von was? Von was werden wir schossen? Irgendwelchen anderen Schraubern. So, jetzt aussteigen bitte. Und schupp. Wir werden auch draußen. Wiii, boink. Also ich bin jetzt hier oben auf... ich bin hier auf dem Turm gelandet. Ja, äh, im Übrigen, der Turm gehört nicht uns, dementsprechend bin ich tot. Ich steh auf dem Turm oben drauf. Dann schieß mal runter, unten sind, äh, vor mir steht zum Beispiel einer rum. Okay, ähm... Aber wir können ja jetzt hier auch dementsprechend nachspawn, glaub ich, hier. Irgendwie, hoff ich. Kannst du bei mir spawnen vielleicht? Ne, wir haben keinen Truppentransporter da vorne. Ah, schade. Okay. Ich kann... Ich kann... Im Deep Core kann ich landen. Wo ist das denn? Ach, das ist da drüben. Von da drüber kann ich... von da kann ich vielleicht rübersnipern. Muss mal gucken. Ja, wir kriegen auf jeden Fall noch einen dritten, wie gesagt, dazu. Der hat das Spiel schon etliche Male gespielt und wird für uns das wahrscheinlich dann hier bei den Derpyoten als dritter Mann im Bunde dann auch let's playen regelmäßig. Okay. Ich steh grad hier oben und versuch hier die Hubschraube abzuknallen, aber die bewegen sich zu viel. Vielleicht könntest du auch einfach mal nicht die Hubschraube abschießen, sondern die Leute, die genau unter dir stehen. Was macht Spaß? Ja, ich bräuchte irgendwie eine Homing-Nissile, das ist natürlich geil. Aber hier sind vier, fünf feindliche Hubschrauber. Okay, wo bist du eigentlich? Ich komm irgendwo runter. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Also ich komm zumindest in Richtung... Es ist noch 882 Meter entfernt, ich muss hier ganz schön rennen. Was für eine gute Figur tun hier. Ich komm den Berg nicht ganz hoch. Das Problem ist, es gibt ja Fallschaden hier. Hochkommen. Und ich hab jetzt keine Ahnung, wie ich von dem Scheiß Tum runterkomme, ohne zu sterben. Du sollst doch nicht runterkommen, du sollst einfach die Leute, die unter dir stehen, erschießen. Guck einfach bis zum Unter. Ich bin kein Sniper, hallo. Das ist geil, Rakete, Drofo, gut. Krieg und Sieg, ey, oder so ähnlich. Ne, zwei hab ich nur übrig. Also ich genieße hier gerade die wunderschöne Landschaft. Und da sehe ich diese Hubschrauber da und hier nicht irgendwie aufs... Oh, ja, mach das. Ja, ich seh sie. Ich hab sie jetzt auch mal markiert. Sind das eigentlich NSC's? Die fliegen so sanft. Ich hab getroffen. Yay. Einen Hubschrauber? Ja, und bumm weg ist er. Geil. Super. Schön, dass ich es nicht sehe. So ein Mist. Äh, nur... Sie müssen halt sehr nahe sein, weil die... Also mein Raketenwerfer, er schieß halt geradeaus und ist halt nicht irgendwie... Ich bin gleich da, bin gleich da, bin gleich da. Noch 600 Meter und ich werde mich als Sniper da weiter hinten hier so über ins Gebirge umsetzen. Ich wünschte ich hätte so ein Beacon wie in Battlefield, damit ich mich da wieder hin zurück teleportieren kann. Ah. Aber wir brauchen halt einen Sundara hier vorne, definitiv. Ja, deshalb praktisch. Ich guck mal, wenn ich das nächste Mal tot bin, ob ich hier irgendwie einen Sundara irgendwo aufgreifen kann und den hier vor... Ah, daneben. Jetzt hab ich keine Munition mehr. Schade. Ja, und wir haben leider keinen Mechanic dabei, ne? Können wir ja den guten Knaddel, äh, Knaddel sag ich schon, den Knackelfahrer dann fragen, ob der einen Mechanic oder sowas hat. Äh, Engineer, wie auch immer. Okay. Muss. Ja, schau doch. Mit dem Maschinengewehr natürlich macht man nicht so viel Schade an den Hubschraubern. Da schießt man, trifft vielleicht ein bisschen. Nein, ich hänge fest. Ich hänge fest. Ich muss hier raus. Also ich würde versuchen irgendwie runterzukommen. Ähm. Ja. Mann, ich komm hier nicht raus. Wieso hänge ich fest? So ne Scheiße. Ich komm hier nicht raus. Hahaha. Ja, du hängst irgendwo drin. Ich häng oben am Turm. Boah. Gibt's was für Anstuck? Ja. Stuck. Okay. Nein, gibt's nicht. Ja, schade. Schade. Anstuck. Haben wir irgendwie einen Fallschirm oder so? Super. Boah. Ich muss mich verlegen. Zum Turm geflogen kommen, mich irgendwie hier oben abholen. Aber warte, warte. Ich bin draußen. Ja, ich hab's geschafft. Ne, ich muss erst mal snipern, du. Ich muss hier erst mal gucken. Oh, ich schieße auf eigenen. Darf ich nicht schießen? Ne, genau. Es gibt in diesem Spiel nämlich tatsächlich eine Sache, die man nicht machen sollte. Nämlich Friendifier. Ja, ja. Eben das. Ähm. Ich seh aber keine Feinde. Wobei man sieht auf der Entfernung sowieso nichts. Und ich kuhle schon so viel wie ich kann. Bist du gestorben? Hab ich das richtig gehört? Ne. Ich drück V. Dann hab ich halt mein Ausfallmenü. Dann hab ich hier... Danke. Heilen. Reparieren. Munitionen. Beleidigen. Hilfe. Entschuldigung. Bestätigen. Und... Pass auf, wo du ihn schießt. Richtig. Genau, pass auf, wo du ihn schießt. Ist in meinem Fall glaub ich das, was ich spammen müsste. Alter, pass auf, wo du ihn schießt. Momentan... Hier sind Blümchen. Ich könnte Blümchen pflücken gehen. So im Tannenmodus. Schauen wir was Neues hier. Infiltrator pflückt Blümchen. Oh oh. Da ist ein Geschütz. Tja. Also ich muss mal gucken. Ich will das ja gerne einnehmen mit dir. Und da sind ja auch ein paar Feinde irgendwo unten. Okay. Ich muss immer schauen wo du bist. Dann sprich halt runter. Und wenn ich sterbe... Guck auf der Karte wo ich bin. Du siehst mich doch mittlerweile auf der Karte auf dich zulaufen. Also... Lass mich rauszoomen hier. Du bist am Arsch der Welt. Wieso? Ich bin bei dem Punkt hier. Also... Bei der Bastion sind wir doch. Oder nicht? Ja... Ähm... Ich find mich grad selbst gar nicht mal. Das... Sind wir eigentlich doch im gleichen Platoon? Ja... Ich... Ich könnte jetzt ein Squad deploy... Ah hier. Okay. Okay. Bastion. Hast mich gefunden, ja? Ja. Du rennst jetzt grad irgendwie drauf zu. Und ich sitz... Ja, ich seh mich auch auf dich zwei. Genau. Ich bin halt oben auf... ganz oben auf dem Turm. Ja. Und wenn ich da runter springe... Mach... Du sollst nicht runter springen. Du sollst nach unten gucken. Und ob es da Feinde gibt. Und dann einfach drauf schießen. Also wie gesagt. Ein paar Hubschrauber hab ich schon... Also einen hab ich zumindest abgeschossen. Die anderen hab ich leider nicht getroffen. Und jetzt seh ich hier oben natürlich... Ohne... Da ich ja kein Snipergewehr hab. Seh ich da oben nicht viel. Das Problem ist nur, dass ich auch... Als Sniper natürlich jetzt nicht unbedingt der Beste bin. Ich bin ja wahrscheinlich 150 Meter über der Erde. Also ziemlich weit oben. Oh, meine Tarnung ist grad aufgeflogen. Ist nicht so gut. Ist kurz da oben... Und unten A-Point ist eigentlich... Oh... Ich weiß, dass unter dir ungefähr... Feinde sind. Weil die hab ich mich leider erledigt, als ich da gelandet bin. Mhm. Okay. Da schießt jetzt jemand. Ja. Auf... Auf mich bedauerlicherweise. Ne, ne. Ist einer von uns. Der sollte nicht auf dich schießen. Als Hubschrauber meinte ich. Ach so. Ja. Gerade jemand hat was von mich geschossen, meine ich. Okay. Ja. Vielleicht hast du unten da ein paar... Nette... Gegner. Ja. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Mir hilft ja hier auch keiner. Du sitzt ja obenrum. Machst nix. Nein. Wow. Genau. Hm. Bierchen aufmachen. Prost. Ich will hier was ein... Einnehmen. Warum sind ja eigentlich keine Leute? Im Nord... Norden Westen bist du. Ich stehe genau vor deiner Nase quasi. Das Problem ist ich... Ah, oh jetzt. Oh, 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 oh. Hast du was gefunden? Gegner in der Schiff? Oh, ich bin nicht... Ich bin nicht gestorben. Cool. Ja. Interessant. Oh, oh. Ich bin jetzt mal in die Station reingegangen. Ja. Aircraft Ammo Dispenser. Jetzt muss ich mal gucken. Äh, ich versuche mal zur... Ich versuche mal zur C zu kommen. Boing. Komm ich nicht rein. Okay. Ich muss aber schauen, dass ich mich gleich wieder tane. Wollen wir jetzt mal kurz. Also ich suche jetzt mal einen Fahrstuhl. Da gibt es ja immer diese Fahrstühle für... für Personal. Mhm. Hoch und runter. Also diese Hovering-Dinger. Ach, ich kann nicht ein Flugzeug spawnen. Ne, jetzt ein gegnerisches. Schade. Oh, hier geht's runter. So, okay. Jetzt komm ich runter. So. Die U-Team. Irgendwas irgendwo. Hier ist quasi gar nichts. Ich will das jetzt einnehmen hier. Ja, ich komm gleich mal zu dir. Oh, da will ich nicht hin. Und mal gucken wir hier irgendwo ein... Oh. Kein Gegner. Oh, kein Gegner. Da hinten. Okay. Ist grad irgendein Gegner mir vorbeigerand. Hab mich einfach ignoriert. Äh. Was sind das eigentlich für komische Dinger? Sind das Minen oder? Aha. Ich bin jetzt Bastion am Punkt A. Aber da brauche ich noch einen zweiten, der das mit... Ich geh zu C, hab ich doch gesagt. Captured. Achso, na gut. Dann bleib ich mal bei A stehen. Es wird jetzt schon gelb geworden. Ich bin jetzt schon mal C. Einer von zwei. Also äh. Bin jetzt da quasi. Bräuchte auf jeden Fall Unterstützung. Hier unten. Aber mich hat jetzt grad einer erschossen. Dich hat einer erschossen? Mhm. So. Ich grad am... Nase popeln. Und er bang. Schießt mich mal auf. Ah. Ich muss den Punkt einnehmen. Momentan hält nur nicht so lange wahrscheinlich. Ähm. Ich sitz hier mit meiner kleinen, kleinen Puste und äh. Ich mach einfach Squad Deploy. Weil die anderen Punkte sind ewig weit weg. Wenn das geht, müsstest du mir quasi auf dem Dach landen. Genau. Das kannst du aber nur alle zwei Minuten glaube ich machen oder so. Also nicht sterben. Ja. Vier Minuten oder so. Oh Gott. Auch das noch. Ja. Roms. So. Bin da. Das ist gut in dem Fall. Ich hab's glaube ich sogar gehört. Da kannst du nämlich direkt reinkommen und mir hier Feuerschutz geben an der anderen Türseite. Du bist bei C. Blendgranate. Blendgranate. Tätig. Da kommt einer. Er bin tot. Die kamen von zwei Seiten rein, hat eine Blendgranate reingeworfen und haben mich erschossen die Schweine. Mhm. Du hast mir nicht geholfen. Mann. Ja ich war zu weit weg. Wie du warst zu weit weg. Du warst genau auf meinem Kopf. Na gut warst du nicht. Jetzt muss ich Squad Deploy machen. Pass auf. Ich wechsle mal gerade die Klassen. Warte mal. Aha. Nicht Kontakte. Quatsch. Ich brauch schwere Angriffseinheit. So. Im Neu Rock Depot. Komme. Kommt ein Vogel geflogen. Dann steck mein Vogel Dächlein. Achso. Ah nein. Ich hab den falschen Knopf gedrückt. Ich bin ganz weit weg. Oh. Und hier gibt's keine Fahrzeuge. Was ist denn das hier überhaupt? Oh man ey. Mann. Hier ist ja nichts los. Es ist irgendwie nichts los. Trotzdem bist du erschossen. Es ist finde ich etwas. Ich bin mitten. Warum kann ich das hier reparieren? Ich bin glaube ich kein Mac. Dementsprechend nicht. Ich muss doch irgendwo irgendwas haben. Womit ich irgendwie. Warte mal. Ich kann auch redeploy hier machen. Warte mal. Map. So. Verlegen. So. Jetzt verstecke ich mich in der Ecke. Und hoff. Ich versuche mich jetzt mal irgendwie näher ranzubewegen. Wobei wir haben die meisten Punkte nicht. Ich kann hier nirgendwo irgendwie irgendwo hingehen. Ich habe jetzt C eingenommen. Mal zumindest. Das ist super. Ich möchte gerne zu dir kommen. Ja. Aber du hast Cooldown. Ja. Noch neun Sekunden glaube ich. Einsatz. Dingsbums. Wo ist denn? Ach da bist du. Genau. Kann ich auf dich draufklicken? Du bewegst dich gerade. Ja genau. Ich laufe jetzt gerade zu A. Ich kann mich direkt bei dir spawnen. Keine Ahnung wie du das gemacht hast. Ich kann das nicht. Ich habe auch unten auf Squad Deploy. Also links unten hast du einen Knopf. Da kannst du draufklicken. Squad Deploy. Sofortaktion? Nee. Ah. Ah. Zu spät. Oh man. Bist du tot? Ja. Deine. Alles vor allem mit Wespen hier. Die heißen alle Wasp. Hm. Das ist irgendwie eine Gilde. Ah. Gilde Dings. Pass mal auf. Wir spawnen mal unten beim Wokuk Amps Station unten links. Beziehungsweise am Shipping Dock. Unten links der oberste Punkt, aber dann davon. Dann sind wir schön an der Grenze. Shippingstock? Genau, richtig. Ja, genau da. Und dann gucken wir mal, was wir hier irgendwie reißen können. Wir sind nämlich dann direkt an der Grenze, an der Front quasi. Und versuchen uns mal das Weimar Logging Company zu holen. So, ich habe es mal markiert. Duty. Und das machen wir gleich dann. Ah, da hinten gibt es nicht Panzer. Ich hole mal so einen Panzer für uns. Klapla Repaired. Okay, dann komme ich mal gucken, wo du schauen. Ich hole uns. Ne, es ist kein Panzer. Ist das ein Panzer? Hä, das ist eine Spule oder sowas. Ich bin so verwirrt. Irgendwas Fahrbares. Hallo. Boing. Ja, aber irgendwie finde ich nichts Fahrbares. Beziehungsweise da hinten ist... Ach doch, guck mal hier, das ist so eine Panzersperre. Ja, die ist zu. Ja, die ist zu. Warum ist die eigentlich zu? Man kann durch? Ja, kann man. Ja, wir können durch. Ja, gut, die Panzer müssen, die Panzer müssen, glaube ich, sogar durch. Oder nicht durch. Ich verstehe das Spiel nicht. Erklär es mir. Wo ist, wo ist unser Dritter? Rot ist ja unsere Farbe. Wir könnten ja durchfahren mit unserem Panzer. Richtig. Wir müssen aber irgendwie... Guck mal, da ist doch so ein Symbol. Guck mal. Ja, genau. Verteidigen müssen wir das. Ach, wir müssen das noch verteidigen. Ja, dann gehen wir mal rein da. Ja, upsie. Müssen wir dann nicht jetzt irgendwie so eine Linie, Lichtdings, irgendwas bekommen? So eine Anst... Nicht drauf schießen. Das ist nicht verteidigen. Hups. Ja, nicht drauf schießen. Mach dir nicht alles nach. Aber es heißt verteidigen. Ja, so ein Terminal brauchen wir doch. Aber hier ist kein Terminal. Warum ist hier kein Terminal? Nein. Was ist denn der Pfeil nach oben? Wupp. 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 Ich bin irgendwie auch verwirrt hier. Also im Prinzip... Ich gucke jetzt nochmal auf der Map wegen Redeploy. Da oben. Da knallt da drüben. Oh, unsere... Ich wollte gerade sagen, unsere Ampstation wird gerade weggeholt. Mhm. Genau. Genau da in diese Richtung. Ja, lassen wir hingehen. Dann haben wir die Action nicht so ganz so eng zusammenlaufen. Das ist nicht so eine gute Idee. Ah, guck einmal. Da fliegt was rum. Direkt mal den Raketenwerfer rausgepackt. Mach ich das auch mal. So. Zack. Ich gehe mal ein bisschen nach links. Du mal ein bisschen nach rechts. Wir tun mal so, als hätten wir Taktik geübt. Und mit Q kannst du ja wie gesagt auch mal Feinde markieren, wie in Battlefield. Ich spame das ja auch gerade so ein bisschen, aber ich sehe momentan noch nichts. Außer das Flugzeug halt. Wo auch mal es jetzt hin ist. Irgendwo hinten, hinter dem Gebäude vielleicht abgeschmiert einfach. Hier gibt es auch, genau. Hier gibt es auch mal so Verteidigungsdinger. Momentan ist das... Das ist noch rot, aber... Meint mal, rot gehört auch uns, oder? Ja, ähm... Ach so. Rot ist das... Nee, ja. Rot ist das Einzige, was wir noch verteidigen können momentan. Das gehört auch uns, tatsächlich. Okay, ähm... Wie guckt man da rein, hoch, whatever? I have no fucking clue. Ich laufe es hier an der riesen... Ja, du bist... Du bist auf der anderen Seite. Ja, genau. Irgendwas capture. Oh, der fliegt irgendwas über uns. Da ist auf jeden Fall einer, der repariert gerade einen unserer Türme. Hm? Das treffe ich doch niemals. Ich nötig ein Eingang hier. Ups! Äh, es fliegt hier hinterher im Übrigen. Ja. Ich glaube, es mag dich. Jetzt will ich mit dir kuscheln. Ich will aber ein Homing-Messile haben. Das ist ultra spannend, was wir hier machen, ey. Ich glaube, in der nächsten Episode müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Geben wir auf den anderen Server oder so. So, es ist irgendwo hier drin. Ich habe knapp daneben geschossen. Aber ich habe daneben geschossen. Ja, also die müssen... Oh, ja, super. Du blödes Drecksviech. Hat umgedreht und hat auf mich geschossen und natürlich getroffen. Oh, die Sau. Mann, das ist doch doof hier. So ein Scheiß. Wer spielt denn so Spiele? Okay, jetzt bin ich hier irgendwie im Gebäude und hoffe mal... Aber ich kann jetzt hier drin spawnen. Und da gibt es einen Thundera. Warum steht denn hier ein Thundera rum? Ich hole mir den direkt mal. Beziehungsweise, ich würde mir holen, wenn es meiner wäre. Ah, ich bin jetzt drin. Okay. Ich kann nur nicht fahren, aber ich kann schießen. Oh, ich bin runtergefallen. Aua. Wo ist denn das Flugzeug? Schick mal ein Flugzeug vorbei. Da ist ein Infanterist. Hat kein Plan. Das ist natürlich Captured. Komm mal zu mir. Bitte, Hilfe. Wo bist du denn? Ich bin in Thundera drin. Ähm. Mal eine Mappe schauen. Und wir haben Infanteristen, die gerade ankommen. Ah, und ein Thundera. Gegnerischer Thundera ist reingefahren gerade. Und ich kann das Ding nicht fahren, weil es nicht meiner ist. So eine Scheiße. Ich sehe dich irgendwie nicht. Mein Gott. Äh? Wo guckt M-Station, ne? Ich kann gerade nicht. Ich werde beschossen. Oh. Ja, du bist ja nicht hier, um zu helfen, du Sack. Ich sehe dich auch, ich sehe dich weder im Hut, noch auf der Map sehe ich dich, komischerweise. Bist einfach nur doof. Oh, crap, ey. Oh. Oh, mein, unser Generator ist komprimiert. Ja, weil er gerade in Thundera reingefahren ist. Der ist Thundert. Ich steige jetzt mal aus. Ah, jetzt sehe ich dich wieder auf der Mappe. Yay, jetzt sehe ich dich wieder. Alter. Ich war die ganze Zeit im Thundera. Du hättest einfach den Thundera auswählen können, Schnucki. Da hat nur einen großen Thundera. So, oh. Falsche Richtung. Noch viel mehr. Sackgast, jetzt bist du irgendwo oben, wo ich nicht hochkomme. Okay, ich stehe vor einer Riesen... Ah, da ist ein Eingang. Okay, Defend. Hm, whatever das ist. Keine Ahnung. Okay, ich stabilisiere gerne. Ja, wir haben ja fein... Ja, es ist gut. Wir haben ja feinen Kontakt, deswegen. Ich treffe nur nichts. Yay, das war ich. Okay, jetzt bist du wieder ganz woanders. Hab den Ingenieur mal kurz geplättet hier unten. Engineering Saw. Ei, ei, ei. Ich weiß denn da hier drin. Was denn da drin? Was denn da drin? Ah, da hinten bist du jetzt. Ja, da hinten bin ich jetzt. Ich gehe auf den feindlichen Thundera zu. Du bist außerhalb. Ich bin innen drin und du bist an der Mauer. Ja, und da ist aber ein Thundera, ein Roter. Den siehst du auf der Karte doch. Schnucki. Ja, ich sehe sie auf der Karte. Du bist ganz nah bei mir, aber... Nicht mich, den roten Thundera, verdammt. Oh. Äh. Mach doch mal. Die schießen mich mit zwei Schüssen weg. Ich schieß drauf, wie blöd. Und, ähm, mach keinen Damage. Oh, die haben wahrscheinlich wieder irgendeine dicke Rüstung an. Und ich hab halt... Ah, fuck it. ...Standgas an. So. Nächste Episode machen wir ein bisschen mehr Schaden jetzt hier. Geht ja mal gar nicht. Du bleibst jetzt mir auf den Fersen. Du wirst mir nicht von den Fersen folgen. Äh, weggehen. Haben wir uns verstanden? Hier, Soldat. Okay, okay. Mal schauen, wo der Magische... Wokok Main Spawn Room wird jetzt gespawnt. Wo ist der Magische Drache? Es gibt keinen Magischen Drachen. Ähm. Jetzt wird es gelaufen. Ich kann bei dir deployen, aber... Du bist auf der anderen Seite. Du bist schon wieder auf der falschen Seite gespawnt. Haha. Knorker ist im Übrigen immer chronisch vor Dingst, äh... Ah, jetzt sehe ich dich. Okay. Gut. Ähm, dann... Ja, aber welcher Generator ist in Gefahr? Ja, das... Das dachte ich ihm auch gerade. Feindkontakt, geradeaus Feindkontakt. Du hast es auf deinem Minimap. Unten links gucken. Ah, links unten. Okay. Ja, deine Minimap müsstest du schon selbst... ...ständig benutzen können eigentlich. Ja, ja. Da ist irgendeine Karre. Eine rote. Äh, ja, da war auch ein Feind. Uh, da ist eine Puste. Die benutze ich jetzt mal. Scheiße. So. Schade, sehe ich nichts. Knorker, beweg dich! Ich kann von hier aus schießen mit einer riesen Mega-Wummel. Oh, ohne Feinde macht das keinen Spaß. Na gut, dann, ähm, nicht in diese Mega-Panzerfrau zu einsteigen. Ah, ich sehe was, ich sehe was. Oh, hier vielleicht. So, gucken, der wird gerade repariert, glaube ich, davon. Nee, muss repariert werden. Wir müssen irgendwas verteidigen. Wir müssen mehrere verteidigen. Ich gehe mal zu dir. Du schaffst es nicht, zu mir zu gehen, dann gehe ich zu dir. Oh, nö! Bist schon wieder tot, richtig? Ich steppe zwar auch andauernd, aber... So, Herr Bärz hat mich einfach aus der Panzerfrau rausgezogen und über den Haufen geschossen. Wie schade ist das. Ei, ei, ei. Das üben wir nochmal. Ja, das üben wir. Definitiv nochmal. Ich das polnmäßig sehe hier auch nichts. Woher weiß ich denn, wenn irgendwas angegriffen wird? Wo zum Geier ist eigentlich der Nackelfahr? Ja, genau. Wo ist der? Der... Der Horst kann das wenigstens zocken. Der Indianerhorst. Horst reicht! Soll ich mich wieder oben? Oh, ich sehe den Mike. Da gehen wir hin. Wahnsinn, er hat mich wenigstens gesehen. Ja, ich habe mich auch vorher gesehen, aber ich habe mich lieber in diese riesen Mega-Flaggeschützt-Turm-Dingens gesetzt. Au, uff, 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 von hinten wird beschossen. Bist tot? Ja, kommt nur. Nö, nö. Haben vorbeigeschossen, die Deppen. Naja, ich, ich, äh, werde auch beschossen und bin tot. Super. Schieß! Knocker, schieß! Ich schieß und muss aber ausweichen, sonst schießen die mich über den Haufen. Oh. Ich glaube, du bist tot, oder? Ja, nö. Ne, 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 ne. Diesmal nicht. Diesmal ist der Gegner tot. Bleib genau da, bleib genau da. Ich bin in 3, 2, 1 am Spawn-Beacon. Jetzt. Oh, das ist ein riesen Mega-Mech-Warrior vor der Tür. Bin da. Die kommen auch wieder. Ich gehe mal raus. Komm, schieß auf ihn, schieß auf ihn. Er ist down. Jawohl, sauber. Jawohl, ich habe mein Schild angeschmissen. Ich nämlich auch. Das vergesse ich immer gerne. Das F-Drücken, genau. Da ist ein Thunderer reingekommen. Vorne ist ein Thunderer. Du siehst den roten Knüppel da vorne? Ja, ich sehe ihn, ich sehe ihn, ich sehe ihn. Da gehen wir jetzt hin? Ja, da müssen wir ja sogar. Da sind ja Leute drin. Dann lege ich die Panzerfaust an. Das geht mir genauso. Und nicht vergessen, den Schild gleich jetzt, den Schildschirm einzulegen. Da sind sie nämlich schon. Ich muss leider nachladen, mein Schild war noch nicht aufgeladen. Ich auch. Deine auch nicht. Schön, wenn man da gestorben. Schön, wenn man da reingerannt. Schön, wenn man da reingekommen hat.